Mutig, mutig, Frau Gebauer. Schüler müssen keine Masken mehr tragen. Am Platz, obwohl die Inzidenz steigt, obwohl schon wieder viele waren, obwohl die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern raufgeht. Aber sie bleiben cool. Bange machen gilt nicht. Schüler sind nicht Treiber der Pandemie, sagen sie und berufen sich auf wissenschaftliche Untersuchungen. Fast alle Lehrer sind geimpft, rund die Hälfte der Schüler ab 12. Auch viele Eltern. Die Gefahr ist da, aber überschaubar. Maske am Platz nicht mehr nötig. So wie an vielen anderen Orten. Theater, Kino, Restaurants oder Büro. Gleiches Recht für Schüler. Lasst Kinder wieder frei atmen. Ich finde es nicht nur mutig, ich finde es richtig. Mitschüler sind Kameraden, Freunde, Spielgefährten. Keine potenzielle Lebensgefahr. Es rächt nicht Kinder. Ja, Covid ist auch für sie gefährlich, aber eben fast nie mit schwersten Folgen. Wir brauchen genau diese Schritte. Diese Schritte zurück ins halbwegs normale Leben. Und seien sie auch noch so klein. Nicht leichtsinnig, vorsichtig und vernünftig, mit guten Gründen. Wer raus will aus den vielen Maßnahmen, muss sich bewegen. Muss anfangen, muss Dinge hinterfragen, abwägen, einschätzen, Kritik ertragen und machen. Oder einfach mutig sein.